Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2 Hallo Und wieder mit dem, in dem ich da weitaus besser aussehe In meiner skillhaften Skilllosigkeit Ach nicht, Tatooine Ätzende Staubkugel Ja, aber da gibt's auch Stellen, da ist weniger Staub Da ist mir so steinvorherrschend Juckt mich das? Ja, was hat dich gefälligst zu jucken? Befehle dir das Vielleicht, den muss ich verweigern Wie kannst du es wagen? Hier wird sich die ihres Kommandos enthoben War das Sarkasmus? Ja Oh, TIE Bomber Ich hab leider nicht genug Punkte Ist das wirklich schon eine epische Karte, der Thermal Detonator? Ich weiß es nicht Ich kann meinen Scheiß noch nicht auf Stufe 3 upgraden Das mag ich nicht Lack Und endlich bin ich auf der Map angekommen Ui Cool Lackt Lackt Ich lauf irgendwie hinterher Ja Ja, die Karte muss ich auch erstmal laden Bei mir ist lagd Also am Anfang erstmal wieder Hm, ich glaub das liegt aber auch zum Teil mit an den Servern Hä Alter Das ist halt dann scheiße Das war so nicht gedacht Nicht? Ja nicht Ja nicht Ich wollte mich nicht sofort in Terror machen Ich bin wieder tot Das läuft schon wieder gut dieses Spiel Ja gut Da ist ein NoName, jetzt musst du sterben Ja ne, ich bin ja noch im Spawn-Gebiet Da sterb ich ja noch nicht Ja, ich glaub hinterher Dann stirbst du sobald du irgendeinen Gegner siehst Ach, warum hast du nicht so Weil ich nichts anderes als ich zum Spiel tun kann Außer dich sterben zu lassen Ach scheiße, ich komm nicht darüber gesprungen Haha Deckt noch zu heftig bei mir Da, Rebell Oh, X-Wang Ja Oh, da ist NoName Die, was er nämlich mal unterstützen würde, anstatt dafür zu sorgen, dass ich sterbe Bin mir Jetzt sollst Ähm Nicht sterben Au Und tot Gut, du hättest nicht mehr kommen sollen Ich hab nen themaltischen Auto gegen die Wand geworfen, okay Du bist so ein Der ist zurückgeprallt Du bist so ein hartes Jim Nix dafür, bin zu scheiße für dieses Spiel Macht's nicht besser Hab ich das gesagt? Du hast das aber gedacht Cantina first I don't see shit Auto Auto Ich bring mir Ich bring ein Auto mit Ja, Auto Ah Okay, was ist jetzt los mit Spiel? Okay, jetzt geht's wieder. Mäh. Wieso muss ich eigentlich in dieser Runde... Ja, erstmal, ich muss mich wieder einspielen. Und zum anderen, wieso muss ich in dieser Runde eigentlich jedes Mal auf irgendwas treffen, was mich umbringt? Dieses Spiel will mich von sich aus umbringen, also beschwer dich nicht. Doch, tue ich. Gut, wir haben einen ATSD, der kriegt das Auto kaputt. Natürlich, und wieder tot. Ja. Das war hier nicht ganz unten, was ich mir irgendwie nicht erklären kann. Weil es halt immer noch Spiel gibt, die noch schlechter sind als du. Das ist nicht möglich. Doch, klar, siehst du doch. Jetzt hab ich die gesamte Konsole aufgemacht. Ich mach die wieder dicht. Äh. Ah, so, okay. Keine Ahnung, indem du mehr trinkst... ...wirst du dichter. Nein, ich krieg noch nicht mal zum Teil Bomber. Hab mich schon drauf gefreut. Ich glaub, wir sterben irgendwie so hart. Leck. Sterbt, Imperiale! Scheiß, ich bin selber einer. Ich glaub, ich tue einfach mal lieber gar nichts, dann vergräute ich immerhin keine Tickets mehr. Toll, du vergoldest aber ein Slot, wenn du das so möchtest. Du würdest mich dabei haben. Ja, wie gesagt, ich brauch jemanden, dem ich nicht ganz so scheiße aussehe. Will dann dazu. Ich glaub, dieses Ziel hab ich dann erfüllt. Ja, hast du. Granate! Au! Au! Deckiges Auto. Seh ich auch so. Ich konnte mich aber am Auto vorbeischleichen. MG! Wieso verrecken wir eigentlich so hart? Guck dir mal die Leute an. Ich hab den nicht gesehen. Ähm, weil wir alle scheiße sind. Das merkst du doch. Ja, aber unseren ersten hat 9000. Deren ersten hat 3000. Ähm, tja, weil wir restliche Teammates so arschscheiße sind und halt nicht in diesen dummen Punkt reinkommen. Ach ja, und weil ich dabei bin. Ich zieh euch so hart runter. Natürlich. Du bist nicht der Letzte, von daher. Trotzdem, allein meine Präsenz zieht euch so weit runter. Niem. Au! Alter! Au! Ich hätte nicht erwartet, dass da ein feindlicher X-Wing rumfliegt. Naja. Was du kannst, kann ich schon lange. Naja, was denn? Sterben! Äh, nee, ich kann das besser. Da ist der X-Wing. Niemand kann zersterben, was ich. Oh, Teilbomber. Ich wollte schon gerade die Vögel abknallen. Sagen wir lieber... Natürlich hängt mir da wieder jemand im Nacken, ey. Oder... Da bin ich doch einfach in Ruhe. Gut, äh, du bist doch Bomber, oder? Ja, bin ich. Du bist denn? Und jetzt werde ich auch gerade nicht beschossen. Gut, ich habe gerade nämlich einen X-Wing abgeknallt. Weiter bombardieren. Läupt! Ah, okay. Merkwürdiges Spiel. So war das nicht geplant. Ich hatte die... Achtung, X-Wing. Ja, ich bin eh tot. Das Spiel hat mich gekillt. Ah, cool. Kann der nur Luft mehr ausrichten als irgendwo sonst. Jedenfalls in einem aktuellen Zielstatus. Verlängerung. Wir kriegen es trotzdem nicht hin. Egal. Wir sind das im P-Raum. Das interessiert uns nicht. Ist der X-Wing eigentlich noch irgendwo? Da Vader wurde besiegt. Upsi. Und das war es mit der Verlängerung. Und jetzt lässt er mich noch nicht mehr in meinen Teil retten. Danke. Oben evakuiert. Wer immer sie gewarnt hat, wird dafür bezahlt. Hast du sie gewarnt? Nee. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Weißt du, Top-Spieler sind... Die meisten sind aus unserem Team, aber trotzdem... Die sind echt gut um uns zu sagen. Ich habe 1000 Punkte. Cool. Das ist für mich schon viel. Erinnere dich an Ende letzter Aufnahmesession. Da warst du sogar im Mittelfeld. Das war Glück. Extrem heftiges Glück. Zweimal hintereinander. Ja. Weil sowas kriege ich normalerweise nicht zustande. Jetzt sind wir Rebels. Mal gucken, ob wir genauso heftig aufs Maul geben können. Nein, weil das werden wahrscheinlich genau dieselben Leute sein, gegen die wir eben gespielt haben. Ja, im nächsten Patch wird da Server-Rotation mit reingefügt. Hoffentlich. Was haben wir denn so? 200, 1500... Hast du diesen Planeten trotzdem noch? Das Imperium hat von unserer Zelle in was Eisweir erfahren. Oh, hier kommt die Introsequenz. Wir werden niemanden zurücklassen. Was? Was? Wir wollen niemanden zurücklassen. Wir kämpfen vor ihrer Haustür. Das sind hier keine Zivilisten. Das ist Mos Eisley. Jeder, der hier lebt, ist ein Verbrecher. Oder hat sie zumindest den Anspruch, einer zu sein. Allein, wenn man hier lebt, ne? Ja. Ich so, wir verlieren schon den ersten Punkt. Ah. Cool, ich hab einen Kill. Willst du mich verarschen? Ich steck den Kopf in die Katina. Das ist wieder verfügbar. Warum nicht? Ja, so läuft das bei mir immer. Wir verlieren schon beide Punkte. Siehst du, wie gut wir sind? Oh, ja. Das ist echt toll. Wir haben das beste Team überhaupt. Spader! Meine Granate, die ich gebrochen habe, ist an meinem Teamkameradin abgeprallt. Sehr schön. Wieso freut mich das? Das sollte mich eigentlich nicht freuen. Ich laufe hier durch das Spiel. Weiß nicht, von was ich getötet werde, aber ich werde getötet. Äh, dieses Spieler zu steuern ist ein Graus. Dieses Spiel zu spielen ist ein Graus. Und tot. Du hast dich doch bereit erklärt, mitzuspielen. Ja, aber als selbst Duter spielen, ist trotzdem ein Graus. So, jetzt bin ich X-Wing, jetzt bin ich was Besseres als ihr. Ich bin nicht in der Luft. Ja, und... Verdammt, der Mist. Und ein dummer Tice ist hinter mir her. Ah, das ist scheiß Tice. Und schon wieder tot. Hallo. Der hat halt einen weitaus geringeren Winderadius als ich. Was ist mit diesem Spiel los? Aber unsere Rückzugspositionen sind bereit. Wir rücken ab. Das legt hart wie Scheiße. Aber nicht genügend. Und wir dürfen nicht mehr viel Boden verlieren. Verhalten euch am Auktionshaus und im Bazar. Und bereitet unsere Verteidigung vor. Verdammter Mist. Was? Wie kriegt er diesen arschkleinen Winderadius denn? Alter, dieses Spiel. Ich flieg hier meine Kreise. Was, die ATS-T ist weg, da. Alter. Na toll, jetzt sind es jetzt zwei von den Drecken. Spannern in der Luft, ja, das war klar. Alter, echt, das ist so beschissen. Der kann halt fast auf der Stelle drehen. Dumme Tice. Hat da gerade jemand geschrien, wir können gewinnen? Nicht mit mir. Also, wenn es in diesem Spiel Moral gäbe, würde ich dich sofort aus dem Team werfen. Ist aber so, das ist einfach eine Tatsache. Nein. Doch. Nein. Das ist auch immer eine sehr interessante Tatsache, von daher. Junge, ich sterbe genügend für zwei Armeen. Ich will keinen dummen Speeder, geh weg mit deinem Speeder. Oh, jetzt habe ich die falsche Klasse gewirbelt. Ich brauche mehr Explosives, Alter. Willst du mich verhaschen? Weißt du, ich laufe, schieße auf ihn, mein Verbündeter läuft zwischen mich und den Typen und ich sterbe. Ich spawne und werde direkt vom ATSC weggeballert. Also, beschwer dich bitte nicht. Doch. Mal gucken, wo ich, wo das Ding hinfliegt. Ich habe 400 Punkte und rat mal, wie oft ich gestorben bin. Ja, fünfmal. Ja, ist zurück. Und du weißt, dass man 100 Punkte pro Tod bekommt. Au. Nein, 110. Ja, gut, ich habe 400 Punkte bis fünfmal gestorben. Also, kannst du ungefähr auszeichnen, wie viel ich geleistet habe bisher, ne? Aber sie brauchen noch Zeit. Fangt die Sturmtruppen ab, bevor sie Sprengsätze an den Typen platzieren können. Ach, da ist... Kriegrescherteam metzelt uns so nieder. Nee, echt? Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Mal davon abgesehen, dass mich jeder Battlefront-2-Spieler auf dieser Welt niedermetzelt, aber... Äh, den wird nicht so hängen. Döp, 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 döp. Jetzt hat's geleckt und ich bin gestorben, von? Es leckt die ganze Zeit. Ach, das ist ein Held. Nein, irgendwie nicht. Doch, bei mir leckt es die ganze Zeit. Das ist nicht normal. Ich traue mich schon gar nicht mehr, die Folge hochzuladen. Die Sterben am Stück. In keiner anderen Battlefront-Folge habe ich so hart aufs Fressbrett bekommen. Ich immer. Ja, du nimmst den hier auf. Die feindliche Verstärkung, weil ich erkenne nicht, wer es ist. Ex-Server. Achtung, Granate gewonnen! What the fuck? Au. Oh. Das ist Maul. Au. Wieso? Alter. Sniper. Diese Viecher. Sie sollen sterben. Und tot von irgendwas, alles klar. Sniper. Nein, Boba-Pet. Jedes Mal, wenn man stirbt, sag ich einfach Sniper. Das blöde, äh, ich hab schon einen Titel, wo man überrannt wird. Aber was nehme ich denn hier jetzt? Hä? 850 Punkte, sieben Tode. GG. Ich bin so gut. Naja, das ist dann das Ende dieser Folge. Guck doch mal, wie toll unser Team war und wir als glänzendes Beispiel. Na ja, äh, na.